Rüdiger Hacker ist ein deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Regisseur. Leben Rüdiger Hacker gehört zu den Gründungsmitgliedern der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin. Er hatte Theaterengagements am Münchner Volkstheater, den Münchner Kammerspielen, dem Hamburger Thalier Theater, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und den Salzburger Festspielen. Heute ist Rüdiger Hacker Ensemble-Mitglied am Nationaltheater Mannheim. In den Jahren 1980 bis 1987 inszenierte er selbst an den Stadttheatern in Bern und Basel, dem Thalier Theater und dem Bayerischen Staatsschauspiel in München, wo er mittlerweile doziert. Mit sechs weiteren Mitgliedern gründete Rüdiger Hacker 1988 einen Förderverein für die neue Münchner Schauspielschule, dessen Vorsitzender er bis 1999 war. Rüdiger Hacker lebt heute in München. Film und Fernsehen 1976 Sommergäste 1979 die Lemminge Teil 2 1995 Tartort Die schwarzen Bilder 1995 1996 1999 2002 Tilt Kaffee Mein Eid 1997 Aimee und Jaguar 1998 Die Erap Schneider 1999 Die Häupter meiner Lieben 2002 Verlorenes Land Gastauftritte unter anderem in München 7 Tartort Ein Bayer auf Rügen und der Bulle von Tölz Hörspiele 1978 George Tabori Die 25 Stunde Regie George Tabori 2014 Lena Christ Die Rumpleni Regie Dieter Lohr Lorbeer Verlag ISBN 978-3-9-3-9-5-2-9-1-3-2 Lesung 2005 Hans Heinrich Das letzte Wort Monolog eines Aussteigers in Münchner Muntat WM Literatur Verlag ISBN 3-9808-4-3-9-7-1